Ja, grüß dich zu dieser Präsentation über den Erdrauch von Maria Officinalis, eine oft verkannte Heilpflanze, die ich dir jetzt hier vorstellen möchte. Schön, dass du dich interessierst für dieses Thema. Ich bin Christoph Pollack, Gründer von Naturzusammenklang und freue mich, dass du einfach auch in die Welt der Pflanzen noch mehr eintauchen möchtest. Die Heilwirkung, werde ich dir sagen, die Verwendungen. Ich werde einiges an neueren Studien jetzt dir mitteilen, genauso wie die traditionellen Verwendungen aus verschiedenen Völkern, verschiedener Gegenden Europas. Der Name Erdrauch geht auf Humaria Officinalis zurück. Also es ist auch das Bild, dass diese Pflanze ausschaut, als würde die herausquillen, manchmal unter solchen Mauerritzen und quillt wirklich so gräulich auch hervor. Sie gehört zur Familie der Mohngewächse, die Papaveraceae, und ist auch verwandt mit dem Lärchensporn und enthält wie dieser keinen Milchsaft. Sie ist einjährig, kommt immer wieder aus den Samen. Die Blüten sind sehr besonders in ihrer Farbe und haben so einen Sporn. Und auch aus der Quelle PubMed finden wir, dass auch andere Arten medizinisch wirksam sind, die manchmal sehr, sehr ähnlich sind, unter anderem Humaria densiflora. Officinalis im Artnamen weist ja darauf hin, dass ein Kraut war, das man in der Apotheke, in der Officina finden konnte. Gehen wir mal zu den chemischen Analysen. Wir finden also in dieser Pflanze Alkaloide, verschiedene Flavonoide, Saponine, also Seifenstoffe und Terpenoide. Daran zeigt sich auch so ein breites Spektrum der Wirksamkeit, unter anderem die leberschützende Wirkung, die antientzündliche Wirkung, mikrobiotische und antioxidative Wirkung, sowie auch antitumorale Wirkungen. Da gebe ich als Quelle gerne einmal Zhang und andere an, in Phytotherapie im Oktober 2020. Die haben auch und andere Studien belegen Wirkungen bei Knochenmarkkrebs, der also anregt, dass diese Krebszellen dann in der Apoptose gehen. Ja, heutige Anwendungen sind vor allem die Regulierung der Gallenfunktion. Gallenfunktion, das ist eine bitterschmeckende Pflanze, Gallenflussstauung und überhaupt bei milden Verdauungsschwierigkeiten, die durch so Bitterdrogen ja ganz gut unterstützt werden oder nach zu viel Fett im Essen. Wichtig ist, es reguliert die Gallenfunktion. Das heißt, auch eine übermäßige Gallenfunktion kommt dann in ein rechtes Maß. Der Begriff, der so im Volk verbreitet ist, blutreinigend hat oft im Hintergrund diese zwei Systeme, Leber und Haut. Die einmal unterstützt es, die Leber in ihren Entgiftungstätigkeiten und zum anderen bringt es eben dann der Stoffwechsel, ja die Gifte oft über die Haut nach außen, was dann zu Hautausschlägen, Exzeben führt und so weiter. Diese Pflanze heißt eben auch, ist auch eines der Grindkräuter und wirkt auf diesen Funktionskreis heilend, sowohl von innen über die Leber, indem es sie unterstützt und dann den Stoffwechsel in die richtige Richtung lenkt, als auch äußerlich kann dieses Kraut angewendet werden für Hautumschläge. Vor allem sind jetzt moderne Studien zur Schuppenflechte bekannt, also äußerliche Anwendungen bei Schuppenflechte sind da sehr wirksam. Das können Teeauflagen sein oder Waschungen mit dem Sud. Jetzt gehen wir wieder zu einer ganz anderen Art der Betrachtung, die aber sich mit den modernen Studien stützt, nämlich zu dem, was Signaturenlehre auch genannt wird und richtig verstanden werden sollte. Ein Schwerpunkt meiner Forschungstätigkeit, die sieben Planetenkräfte, weil einfach ein Bild viel mehr sagen kann als tausend Worte. Und so sehe ich hier bei dem wunderbaren Erdrauch drei starke Signaturen. Einmal den Mond, den Merkur und aber auch den Saturn. Den Mond will ich dir zunächst einfach erläutern hier in diesem Bild. Wir haben einmal Mond im Gegensatz zur Sonne, keinen aufrechten Stängel, der wirklich gerade nach oben aufstängelt, zur Sonne hin, wie beim Johanniskraut. Oder bei der Anika, die so eine starke Sonnensignatur haben. Und bei Mondpflanzen finden wir genau das Gegenteil. Wir finden so dieses Kriechen in die Peripherie, nach außen hin, sich das Ausbreiten, flach auf dem Boden aufliegend zu sein. Und wie bei der Vogelmiere zum Beispiel auch. Zudem ist es ein Mondgewächs. Der Mond hat sowieso viele Anklänge an den Mond. Einmal mit diesem Milchsaft und so weiter. Also auch hier finden wir Bezüge. Gehen wir mal weiter zu der nächsten Planetenkraft. Merkur finde ich beim Erdrauch einmal in dieser Art zu klettern zu wollen. Das ist wie beim Klettenlabkraut oder bei anderen Pflanzen, die eben wirklich klettern wollen und auch sehr, sehr rasch wachsen. Hier klettert das so an einem Stein empor. Und das wächst auch sehr, sehr rasch, was wiederum auf Merkur verweist, auf den schnellen Planeten. Auch der Luftbezug dieser kleinen feinen Blättchen ist eine wichtige Signatur, die auch unter anderem auf dieses Verhältnis mit Wasser und Luft und Merkur verweist. Dieses Foto habe ich aufgenommen am Morgen mit der Morgensonne. Deshalb wirkt es so frisch grün. Das täuscht ein bisschen, denn wenn wir wirklich den Erdrauch vor uns haben, dann ist es so eine graue Tönung dieser Blättchen. Und da zeigt sich darin auch Saturn. Saturn, der langsamste aller Planeten, der Kronos, der sich auch Ausdruck verleiht über diesen bitteren Geschmack und vor allem diesen bitterbleibenden Geschmack. Der Erdrauch schmeckt wirklich bitter. Nicht bitteraromatisch, sondern wirklich bitter. Sehr interessant und sehr angenehm auch. Hat demnach auch diese Funktion, ein langes Leben zu bringen. In vielen Kulturen, wo er wächst, wird er eben auch so genannt Lebensverlängerer oder Lebensbringer. Hier mal das blühende Kraut, das gesammelt wird, also herber, das blühende Kraut, Blüten und Blätter. Und die Stängel. Man kann auch nur die Blätter sammeln, aber sie blüht relativ lange, diese Pflanze. Also kannst du sie sammeln für Tee, frisch oder getrocknet, für eine Tinktur oder auch zum Räuchern. Da hat sie eine sehr, sehr lange Tradition als Räucherpflanze. Erdrauch. Eine andere Anwendung wäre für die Augen bei Konjunktivitis, bei den Bindehautentzündungen. Achtung, das ist sehr, sehr, sehr schmerzhaft. Überhaupt sollte man da sehr gut aufpassen, die Alkaloide in die empfindlichen Bereiche der Augen zu bringen. Da gibt es ja auch Überlieferungen zum Schöllkraut, was auch wieder ein Mohngewächs ist. Aber das kann ordentlich wehtun. Du bist wirklich verantwortlich für das, was du tust. Es wirkt sich ja auch auf dich aus. Aber trotzdem möchte ich gerne, dass du dieses Wissen hast. Ja, wir wollen einfach ein bisschen diese Bilder jetzt hier genießen und schau dir mal die Schönheit auch dieser Pflanze an. Ganz herzlichen Dank für dein Interesse an dem Erdrauch. Ich bin mir sicher, du wirst ihn erkennen oder eher dich, wenn du ihm mal vor die Füße läufst oder dich dir entgegenwinkt von einer Mauer, von einem Wegrand. Das ist wirklich eine Pflanze, die wert ist, dass wir sie sehen, dass wir auf sie aufmerksam werden. Wenn du Lust hast, in Verbindung zu bleiben mit meiner Arbeit, Naturzusammenklang, dann trag dich ein für den Mail-Minikurs. Da erhältst du ein paar Hinweise zu den wichtigsten Wiesenheilkraut, zum Beispiel für Wunden. Genauso aber auch einen Hinweis, wie man Kräuter richtig trocknet. Und dann bist du einfach in Verbindung, sodass du immer die neuesten Informationen bekommst von mir. Ganz, ganz herzliche Grüße. Viel Gutes für dich. Und auf bald. Dein Christoph.